Musik Hallo und willkommen bei Two Minutes of Music Secrets. Mein Name ist Thomas Nöttling und mit diesem Channel möchte ich verschiedene Geheimnisse lüften, die ich gesammelt habe als Bühnenmusiker im Studio und vorwiegend im Klavierunterricht. Das kann eine fundierte Ausbildung an einer Musikinstitution oder Musikschule natürlich nicht ersetzen. Es ist als Erweiterung gedacht. Mit den Studenten vor Augen kann man natürlich viel besser eingehen auf das, was gerade dran ist und zu Schlüsselerlebnissen führen. Mit diesem Channel erstelle ich Zugänge zu verschiedenen Styles. wie zum Beispiel Jazz, Blues, Pop, Latin, Gospel oder Jazz Rock und werde dabei auch auf Technik- und Harmonieanalyse eingehen. Meine persönliche Note, Improvisation und Komposition wird dabei nicht zu kurz kommen. Die zwei Minuten Filme bringen es auf den Punkt. Die Secrets werden geordnet in Folge im Videotext immer wieder aktualisiert. Weitere Empfehlungen finden sich in der Ecke rechts oben. Ich wünsche eine gute kreative Zeit mit Two Minutes of Music Secrets. Dranbleiben und am besten gleich abonnieren. Drei Minuten Film Untertitelung. BR 2018